Ein dritter Teil. Toni heiratet 1846. Erstes Kapitel. Kurz nach 5 Uhr eines Juni-Nachmittages saß man vor dem Portale im Garten, wo selbst man Kaffee getrunken hatte, drinnen in dem weißgetünchten Raum des Gartenhauses mit dem hohen Wandspiegel, dessen Fläche mit flatternden Flügeln bemalt war und den beiden lackierten Flügeltüren im Hintergrunde, die genau betrachtet gar keine Türen waren und nur gemalte Klinken besaßen, war die Luft zu warm und dumpfig und man hatte die aus knorrigen, gebeiztem Holze leicht gearbeiteten Möbel hinausgestellt. Im Halbkreise saßen der Konsul, seine Gattin, Toni, Tom und Clothilde um den runden gedeckten Tisch, auf dem das benutzte Servis schimmerte, während Christian, ein wenig seitwärts, mit einem unglücklichen Gesichtsausdruck, Cicero's zweite katilinarische Rede präparierte. Der Konsul war mit seiner Zigarre und den Anzeigen beschäftigt, die Konsulin hatte ihre Seidenstickerei sinken lassen und sah lächelnd der kleinen Clara zu, die mit Ida Jungmann auf dem Rasenplatze Pfeilchen suchte, denn es gab zuweilen Pfeilchen dort. Toni hatte den Kopf in beide Hände gestützt und las versunken in Hoffmanns Serapionsbrüdern, während Tom sie mit einem Grashalm ganz vorsichtig im Nacken kitzelte, was sie aus Klugheit aber durchaus nicht bemerkte. Und Clothilde, die mager und ältlich in ihrem geblümten Cartoon-Kleide dasaß, las eine Erzählung, welche den Titel trug, blind, taub, stumm und dennoch glückselig. Zwischendurch schabte sie die Biskuitreste auf dem Tischtuche beisammen, worauf sie das Häufchen mit allen fünf Fingern ergriff und behutsam verzehrte. Der Himmel, an dem unbeweglich ein paar weiße Wolken standen, begann langsam blasser zu werden. Das Stadtgärtchen lag mit symmetrisch angelegten Wegen und Beeten, bunt und reinlich in der Nachmittagssonne. Der Duft der Reseden, die die Beete umsäumten, kam dann und wann durch die Luft daher. »Na, Tom«, sagte der Konsul gut gelaunt und nahm die Zigarre aus dem Munde, »die Roggenangelegenheit mit von Henkdorn und Company, von der ich dir erzählte, arrangiert sich.« »Was gibt er?«, fragte Thomas interessiert und hörte auf, Toni zu plagen. »Sechzig Taler für tausend Kilo, nicht übel, wie?« »Das ist vorzüglich.« Tom wusste, dass dies ein sehr gutes Geschäft war. »Toni, deine Haltung ist nicht comme il faut«, bemerkte die Konsulin, worauf Toni ohne die Augen von ihrem Buche zu erheben, einen Ellbogen vom Tische nahm. »Das schadet nichts«, sagte Tom, »sie kann sitzen, wie sie will. Sie bleibt immer Toni Buddenbrook. Tilde und sie sind unstreitig, die Schönsten in der Familie.« Klotilde war zum Sterben erstaunt. »Gott, Tom«, machte sie, und es war unbegreiflich, wie lang sie diese kurzen Silbern zu ziehen vermochte. Toni duldete schweigend, denn Tom war ihr überlegen, da half nichts. Er würde wieder eine Antwort finden und die Lache auf seiner Seite haben. Sie zog nur mit geöffneten Nasenflügeln heftig die Luft ein und hob die Schultern empor. Als aber die Konsulin von dem bevorstehenden Ball bei Konsul Huneus zu sprechen begann und etwas über neue Lackschuhe fallen ließ, nahm Toni auch den anderen Ellenbogen vom Tische und zeigte sich lebhaft bei der Sache. »Ihr redet und redet«, rief Christian kläglich, »und dies ist so fürchterlich schwer. Ich wäre auch Kaufmann.« »Ja, du willst jeden Tag etwas anderes«, sagte Tom. »Hierauf kam Anton über den Hof, er kam mit einer Karte auf dem Teebrett, und man sah ihm erwartungsvoll entgegen. »Grünlich, Agent«, las der Konsul, »aus Hamburg, ein angenehmer, gut empfohlener Mann, ein Pastorensohn. Ich habe Geschäfte mit ihm, es ist da eine Sache, sage dem Herrn Anton, es ist dir recht, Betsy, er möge sich hierher bemühen.« Durch den Garten kam, Hut und Stock in derselben Hand, mit ziemlich großen Schritten und etwas vorgestrecktem Kopfe, ein mittelgroßer Mann von etwa 32 Jahren, in einem grün-gelben, wolligen und langschößigen Anzug und grauen Zwirnhandschuhen. Sein Gesicht unter dem hellblonden, spärlichen Haupthaar war rosig und lächelte. Neben dem einen Nasenflügel aber befand sich eine auffällige Wachze. Er trug Kinn und Oberlippe glatt rasiert und ließ den Backenbart nach englischer Mode lang hinunterhängen. Diese Favoris waren von ausgesprochen goldgelber Farbe. Schon von Weitem vollführte er mit seinem großen hellgrauen Hut eine Gebärde der Ergebenheit. Mit einem letzten, sehr langen Schritte trat er heran, indem er mit dem Oberkörper einen Halbkreis beschrieb und sich auf diese Weise vor allem verbeugte. »Ich störe, ich trete in einen Familienkreis«, sprach er mit weicher Stimme und feiner Zurückhaltung, »man hat gute Bücher zur Hand genommen, man plaudert. Ich muss um Verzeihung bitten.« »Sie sind willkommen, mein werter Herr Grünlich«, sagte der Konsul, der sich, wie seine beiden Söhne erhoben hatten, und dem Gaste die Hand drückte. »Ich freue mich, Sie auch außerhalb des Kontors und im Kreise meiner Familie begrüßen zu können. Herr Grünlich, Betsy, mein wackerer Geschäftsfreund, meine Tochter Antonie, meine Nichte Clothilde, und Sie kennen Thomas bereits, das ist mein zweiter Sohn Christian, ein Gymnasiast.« Herr Grünlich hatte wiederum auf jeden Namen mit einer Verbeugung geantwortet. »Wie gesagt«, fuhr er fort, »ich habe nicht die Absicht, den Eindringling zu spielen, ich komme in Geschäften, und wenn ich den Herrn Konsul ersuchen dürfte, einen Gang mit mir durch den Garten zu tun.« Die Konsulin antwortete, »Sie erweisen uns eine Liebenswürdigkeit, wenn Sie nicht sofort mit meinem Mann von Geschäften reden, sondern ein Weilchen mit unserer Gesellschaft fürlieb nehmen wollen. »Nehmen Sie Platz.« »Tausend Dank«, sagte er grünlich bewegt. Hierauf ließ er sich auf dem Rande des Stuhles nieder, den Tom herbeigebracht hatte, setzte sich Hut und Stock auf den Knien zurecht, strich mit der Hand über seinen einen Backenbart und ließ ein Hüsteln vernehmen, das ungefähr klang wie »Köhm«. Dies alles machte den Eindruck, als wollte er sagen, »Das wäre die Einleitung, was nun?« Die Konsulin eröffnete den Hauptteil der Unterhaltung. »Sie sind in Hamburg zu Hause?«, fragte sie, indem sie den Kopf zur Seite neigte und ihre Arbeit im Schoße ruhen ließ. »Allerdings, Frau Konsulin, entgegnete Herr Grünlich mit einer neuen Verbeugung, ich habe meinen Wohnsitz in Hamburg. Allein ich bin viel unterwegs, ich bin stark beschäftigt, mein Geschäft ist ein außerordentlich reges.« »Ja, das darf ich sagen.« Die Konsulin zog die Brauen empor und machte eine Mundbewegung, als sagte sie mit respektvoller Betonung »So«. »Rastlose Tätigkeit ist für mich Lebensbedingung,« setzte er grünlich, halb zum Konsul gewendet hinzu, und erhüstelte aufs Neue, als er den Blick bemerkte, den Fräulein Antonia auf ihm ruhen ließ, diesen kalten und musternden Blick, mit dem junge Mädchen fremde junge Herren messen und dessen Ausdruck jeden Augenblick bereit scheint, in Verachtung überzugehen. »Wir haben Verwandte in Hamburg,« bemerkte Toni, »um etwas zu sagen.« »Ni, Dichon,« erklärte der Konsul, »die Familie meiner seligen Mutter.« »Oh, ich bin vollkommen orientiert,« beeilte sich Herr Grünlich zu erwidern. »Ich habe die Ehre, ein wenig bei den Herrschaften bekannt zu sein. Es sind ausgezeichnete Menschen insgesamt, Menschen von Herz und Geist. In der Tat, wenn in allen Familien ein Geist herrschte wie in dieser, so stünde es besser um die Welt. Hier findet man Gottesglaube, Mildherzigkeit, innige Frömmigkeit, Gott, die wahre Christlichkeit, die mein Ideal ist. Und damit verbinden diese Herrschaften eine edle Weltläufigkeit, eine Vornehmheit, eine glänzende Eleganz. »Frau Konsulin, die mich persönlich nun einmal charmiert.« Toni dachte, »woher kennt er meine Eltern? Er sagt ihnen, was sie hören wollen.« Der Konsul aber sprach beifällig, »diese doppelte Geschmacksrichtung kleidet jeden Mann aufs Beste.« Und die Konsulin konnte nicht umhin, dem Gaste mit einem leisen Klirren des Armbandes die Hand zu reichen, deren Fläche sie in herzlicher Weise ganz weit herumdrehte. »Sie reden mir aus der Seele, mein werter Herr Grünlich«, sagte sie. Hierauf verbeugte sich Herr Grünlich, setzte sich zurecht, strich über seinen Backenbart und hüstelte, als wollte er sagen, »Fahren wir fort!« Die Konsulin ließ ein paar Worte fallen über die für Herrn Grünlichs Vater statt so furchtbaren 42er-Mai-Tage. »In der Tat«, bemerkte Herr Grünlich, »ein schweres Unglück, eine betrübende Heimsuchung, dieser Brand. Ein Schade von 135 Millionen, ja, das ist ziemlich genau berechnet. Übrigens bin ich meinerseits der Vorsehung zu hohem Danke verpflichtet. Ich bin nicht im Geringsten getroffen worden. Das Feuer wütete hauptsächlich in den Kirchspielen St. Petri und Nikolai. Welch reizender Garten unterbrach er sich, während er sich dankend mit einer Zigarre des Konsuls bediente. Doch für einen Stadtgarten ist er ungewöhnlich groß, und welch farbiger Blumenflur. Oh, mein Gott, ich gestehe meine Schwäche für Blumen und für die Natur im Allgemeinen. Diese Klatschrosen dort drüben putzen ganz ungemein. Herr Grünlich lobte die vornehme Anlage des Hauses, er lobte die ganze Stadt überhaupt, er lobte auch die Zigarre des Konsuls und hatte für jeden ein liebenswürdiges Wort. »Darf ich es wagen, mich nach Ihrer Lektüre zu erkundigen, Magmoiselle Antonie?«, fragte er lächelnd. Toni zog aus irgendeinem Grunde plötzlich die Brauen zusammen und antwortete, ohne Herrn Grünlich anzublicken, »Hoffmanns Serapions, Brüder!« »In der Tat, dieser Schriftsteller hat Hervorragendes geleistet,« bemerkte er, »aber um Vergebung, ich vergaß den Namen Ihres zweiten Herrn Sohnes, Frau Konsulin Christian.« »Ein schöner Name. Ich liebe, wenn ich das aussprechen darf«, und Herr Grünlich wandte sich wieder an den Hausherren, »die Namen, welche schon an und für sich erkennen lassen, dass ihr Dreierge ein Christ ist. In ihrer Familie ist, wie ich weiß, der Name Johann Erblich. Wer dächte dabei nicht an den Lieblingsjünger des Herrn? Ich zum Beispiel, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf, fuhr er mit Beretsamkeit fort, heiße, wie die meisten meiner Vorfahren, Bendix, ein Name, der ja nur als eine mundartliche Zusammenziehung von Benedikt zu betrachten ist. »Und Sie lesen, Herr Buddenbrook? Ah, Cicero, eine schwierige Lektüre, die Werke dieses großen römischen Redners. Quos quittandem, Catalina. Ja, ich habe mein Latein gleichfalls noch nicht völlig vergessen.« Der Konsul sagte, »Ich habe, im Gegensatz zu meinem seligen Vater, immer meine Einwände gehabt gegen diese fortwährende Beschäftigung der jungen Köpfe mit dem Griechischen und Lateinischen. Es gibt so viele ernste und wichtige Dinge, die zur Vorbereitung auf das praktische Leben nötig sind.« »Sie sprechen meine Meinung aus, Herr Konsul«, beeilte sich Herr Grünlich zu antworten, bevor ich Ihr Worte verleihen konnte. »Eine schwierige und, wie ich hinzuzufügen vergaß, nicht unanfechtbare Lektüre. Von allem abgesehen, erinnere ich mich einiger direkt anstößiger Stellen in diesen Reden.« Als eine Pause entstand, dachte Toni, »Jetzt komme ich an die Reihe.« Denn Herrn Grünlichs Blicke ruhten auf ihr. Und, richtig, sie kam an die Reihe. Herr Grünlich nämlich schnellte plötzlich ein wenig auf seinem Sitze empor, machte eine kurze, krampfhafte und dennoch elegante Handbewegung nach der Seite der Konsulin und flüsterte heftig, »Ich bitte Sie, Frau Konsulin, beachten Sie, ich beschwöre Sie, mein Fräulein!« Unterbrach er sich laut, als ob Toni nur dies verstehen sollte. »Bleiben Sie noch einen Moment in dieser Stellung, beachten Sie«, fuhr er wieder flüsternd fort, »wie die Sonne in dem Haare ihres Fräulein Tochter spielt. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen!« Sprach er plötzlich ernst vor Entzücken in die Luft hinein, als ob er zu Gott oder seinem Herzen redete. Die Konsulin lächelte wohlgefällig. Der Konsul sagte, »Setzen Sie der Dirn keine Schwachheiten in den Kopf!« Und Toni zog wiederum stumm die Brauen zusammen. Einige Minuten darauf erhob sich Herr Grünlich. »Aber ich inkommodiere nicht länger, nein, bei Gott, Frau Konsulin, ich inkommodiere nicht länger. Ich kam in Geschäften, allein wer könnte widerstehen?« Nun ruft die Tätigkeit, wenn ich den Herrn Konsul ersuchen dürfte. »Ich brauche Sie nicht zu versichern«, sagte die Konsulin, »wie sehr es mich freuen würde, wenn Sie während der Dauer Ihres Aufenthalts am Orte in unserem Hause Vorlieb nehmen möchten.« Herr Grünlich blieb einen Augenblick stumm vor Dankbarkeit. »Ich bin Ihnen von ganzer Seele verbunden, Frau Konsulin«, sagte er mit dem Ausdrucke der Rührung, »aber ich darf Ihre Liebenswürdigkeit nicht missbrauchen. Ich bewohne ein paar Zimmer im Gasthause Stadt Hamburg.« Ein paar Zimmer, dachte die Konsulin, und dies war es auch, was sie nach Herrn Grünlichs Absicht denken sollte. »Jedenfalls«, beschloss sie, indem sie ihm noch einmal mit herzlicher Bewegung die Hand bot, »hoffe ich, dass wir uns nicht zum letzten Male gesehen haben.« Herr Grünlich küßte der Konsulin die Hand, wartete einen Augenblick, dass auch Antonie ihm die Irige reichte, was aber nicht geschah, beschrieb einen Halbkreis mit dem Oberkörper, trat einen großen Schritt zurück, verbeugte sich nochmals, setzte dann mit einem Schwunge, und indem er das Haupt zurückwarf, seinen grauen Hut auf und schritt mit dem Konsul davon. »Ein angenehmer Mann«, wiederholte der Letztere, als er zu seiner Familie zurückkehrte und seinen Platz wieder einnahm. »Ich finde ihn albern«, erlaubte sich Toni zu bemerken, und zwar mit Nachdruck. »Toni, mein Gott, was für ein Urteil«, rief die Konsulin ein wenig entrüstet, »ein so christlicher junger Mann?« »Ein so wohlerzogener und weltläufiger Mann«, ergänzte der Konsul, »du weißt nicht, was du sagst.« Es geschah manchmal, dass die Eltern in dieser Weise aus Höflichkeit den Standpunkt wechselten, dann waren sie desto sicherer, einig zu sein. Christian zog seine große Nase in Falten und sagte, »Wie wichtig er immer spricht, man plaudert, wir plauderten gar nicht, und Klatschrosen putzen ungemein. Manchmal tut er, als ob er ganz laut zu sich selber spräche. Ich störe, ich muss um Verzeihung bitten, ich habe niemals schöneres Haar gesehen.« Und Christian ahmte Herrn Grünlich so vortrefflich nach, dass selbst der Konsul lachen musste. »Ja, er machte sich allzu wichtig«, fing Toni wieder an. »Er sprach beständig von sich selbst. Sein Geschäft ist rege. Er liebt die Natur. Er bevorzugt die und die Namen. Er heißt Bendix.« »Was geht uns das an, möchte ich wissen?« »Er sagt alles nur, um sich herauszustreichen«, rief sie plötzlich ganz wütend. »Er sagte dir, Mama und dir, Papa, nur, was sie gerne hört, um sich bei euch einzuschmeicheln.« »Das ist kein Vorwurf, Toni«, sagte der Konsul streng. »Man befindet sich in fremder Gesellschaft, zeigt sich von seiner besten Seite, setzt seine Worte und sucht zu gefallen. Das ist klar.« »Ich finde, er ist ein guter Mensch«, sagte Clotilde sanft und gedehnt, obgleich sie die einzige Person war, um die Herr Grünlich sich nicht im Geringsten bekümmert hatte. Thomas enthielt sich des Urteils. »Genug«, beschloss der Konsul. »Er ist ein christlicher, tüchtiger, tätiger und feingebildeter Mann. Und du, Toni, ein großes Mädchen von 18 oder nächstens 19 Jahren, gegen das er sich so artig und galant betragen hat, du solltest deine Tadelzucht bezähmen. Wir alle sind schwache Menschen, und du bist, verzeih mir, weil ich die Letzte, die einen Stein aufheben dürfte. Tom, an die Arbeit!« Toni aber murmelte vor sich hin. »Ein goldgelber Backenbart!« Und dabei zog sie die Brauen zusammen, wie sie es schon mehrere Male getan hatte. Und dabei zog sie die Brauen zusammen, wie sie es schon mehrere Male getan hat.